Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei meinem Kanal. Heute werden wir ein Set von Disney Store öffnen, namens Carnival Launcher. Es enthält zwei Carnival Cup Autos aus Metall, nämlich McQueen und Carla Veloso. Und wir haben auch viele Akzessorien. Jetzt lasst uns auspacken. Wir haben ein Ring aus Feuer und sie müssen durch Feuer springen. Eine zerbrochene Finish Linie und ein goldenes Pokal für den Gewinner. Diese sind LKW Reifen und wir haben gelbe und grüne. Jetzt sehen wir mal den Launcher. Es hat hinten einen Greifer und einen Knopf. Jetzt werde ich euch zeigen, wie es auch funktioniert. Wir drücken jetzt den Knopf und sehen, was passiert. Diese Komponenten werden für die Erhöhung des Launchers benutzt. Wir gehören hierher. So, diese ist fertig. Wir stecken es hier rein. Und so machen wir auch mit die andere. Und jetzt versuchen wir den Launcher noch einmal. Wir stecken es hier rein. Damen und Herren, willkommen bei die beste Karnavalwette der Welt. Wir haben als Konkurrenten die schnellsten Rennautos je gesehen. Vielen Dank, Mac, dass du uns gebracht hast. Es war ein sehr angenehmes Fahrt. Gern gemacht, McQueen. Ich freue mich, das zu hören. Jetzt geh und gewinn uns den goldenen Pokal. Das werde ich auf jeden Fall tun. Bis später. Wow, wie schön die Rennstrecke ausschaut. Super. Jetzt werden sich McQueen und Carla Veroso wetten. Hurra! 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 Du hast geschafft! Du hast geschafft! Herzlichen Glückwunsch! Danke, Mac, danke! Jetzt können wir feiern! Hurra! Hurra! Vorra! Vorra! Gut. Vorra! Je campus hat eine Erdriede destro olmuş. Vielen Dank für das Ansehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, vergiss nicht, mir einen Daumen nach oben zu geben und sich an meinen Kanal zu abonnieren. Bis nächstes Mal. Tschüss!